Pro Minute werden auf Twitter 100.000 Tweets verschickt und 320 neue Profile angelegt. Ob persönliche Erlebnisse oder Qualitätsjournalismus, auf Twitter kommt alles zusammen. Mittlerweile ist Twitter das weltweit am schnellsten wachsende soziale Netzwerk und wird für immer mehr Menschen zum wichtigsten Informations- und Kommunikationskanal. Aber Twitter hat ein großes Problem. Es liefert mehr Informationen, als die Nutzer verarbeiten können. Viel mehr. 2014 macht das Berliner Startup Tarsaldo Schluss mit dem Chaos in sozialen Netzwerken. Mit ihrer Kontext-Suchmaschine TAME erfinden sie die Online-Suche neu. TAME filtert die Flut an Kurzmeldungen und erstellt daraus kompakte Listen mit den wichtigsten Themen, Experten und Inhalten. Das funktioniert sowohl für die eigene Timeline als auch für beliebige Suchbegriffe. TAME wird damit zum Google für das Echtzeitnetz. 2017 Millionen Nutzer loggen sich täglich als erstes bei TAME ein. Hier finden sie in wenigen Sekunden die aktuellsten und relevantesten Informationen aus der immer weiter wachsenden Zahl sozialer Netzwerke. In der neu gestarteten TAME Community teilen die Nutzer ihre spannendsten Links und Experten. TAME ist damit zum Symbol geworden für die Nachrichtenwelt von morgen. Vernetzt, interaktiv und individuell. Ja. 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 Ciao. Ja. 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 Vielen Dank.